Ich bin Claudia Rütsche, Direktorin des Kulturama Museum des Menschen in Zürich. Das Kulturama ist ein Museum für alle. Wir zeigen die Entwicklungsgeschichte und die Körperfunktionen des Menschen. Oh mein Gott! Wir sehen hier einen echten Haltwirbel eines Mammuts im Vergleich zum obersten Haltwirbel des Menschen. Hier haben wir Replikate von Urmenschen-Schädeln, die man in die Hand nehmen darf. Schau, ich bin ein bisschen. Das hat so gesammelt. Das ist unser Schwangerschaftssimulator. Der ist extrem populär bei unseren Besuchenden. Sieht lustig aus. Am Schiebetorso kann jeder selbst die Anatomie des Menschen studieren. Es gibt mir jede Organe und Körper, jedes Knochen. Das ist ein original Faustkeil, das man früher als Werkzeug verwendet hat. Mit dem Beitrag von Swisslos können wir unsere Dauerausstellungen erneuern. Herzlichen Dank.